Einige Solo-Militärjets, die hier können beweisen werden. Die ehemalige Maschine DC-6 von Tito über der Red Bull für Bühne. Vor einigen Jahren ist die DC-6 in die Familie der Freien Bulls aufgenommen worden und hat eine sehr interessante Historie. Einige Staatsmänner dieser Welt war besiebt sich an dieser Maschine. Die Zeitung der Freien Bulls statt zu besitzen. Ach so! Das ist alles vergangen. Selbst, da habe ich gehört, bist ja schon einmal drinnen.